In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie die erweiterte Suchfunktion in Outlook funktioniert. Ich kann mich erinnern, Anfang des Jahres hat mir mein Chef Jürgen Kurz eine E-Mail geschickt, in der es um einen Workflow in unserer IT ging und genau diese E-Mail brauche ich jetzt, um dort weiterdenken zu können. Also gehe ich als erstes in meinen Archivordner, dort lege ich alle empfangenen Mails ab und gebe in die Suche mal das Schlagwort kurz ein. Dann lasse ich mir alle Suchergebnisse auflisten und jetzt kann man hier ganz unten links schon schön erkennen, dass Outlook 5.375 Suchergebnisse gefunden hat. Warum ist das so? Ganz einfach, weil Jürgen Kurz als Geschäftsführer immer in der E-Mail-Signatur von allen internen Mails steht. Aber aus über 5.000 Ergebnissen genau die eine Mail zu finden, ist natürlich unmöglich. Deshalb greife ich auf die erweiterte Suchfunktion zurück. Dazu gehe ich jetzt zurück in meine Suchleiste und achten Sie mal bitte darauf, was mit der Menüleiste darüber passiert, wenn ich wieder in das Suchfeld klicke. Sie verändert sich und zeigt mir hier alle Operatoren an, die ich verwenden kann, um die Suchanfrage einzuschränken. Ich beginne jetzt mal ganz von vorn und das erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass die Mail von Jürgen Kurz war und deswegen kann ich die Suche über den Befehl von und dem Namen Kurz einschränken auf alle Mails, die Kurz im Absender enthalten. Lasse mir wieder alle Ergebnisse einblenden und jetzt kann man hier unten links erkennen, dass die Suchergebnisse von 5.000 auf 5.16 eingeschränkt wurden. Schon um den Faktor 10 verbessert, aber noch nicht genug. Also klicke ich wieder in die Suche und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass die Mail eine Anlage gehabt haben muss. Deshalb kann ich hier auf diesen Befehl hat Anlagen klicken und damit werden jetzt nur noch Mails aufgelistet, die von Jürgen Kurz sind und eine Anlage enthalten. Jetzt sind wir schon, Sie sehen es hier unten links, bei 69 Ergebnissen. Das ist mir aber immer noch nicht gut genug, also überlege ich, woran ich mich noch erinnern kann. Genauer, in der Betreffzeile muss es irgendwie um den IT-Workflow gegangen sein, deswegen kann ich über dieses Feld nach Betreff suchen ganz gezielt die Betreffzeile durchsuchen lassen, gebe hier den Begriff IT ein und Sie sehen, jetzt ist es noch genau eine Mail als Suchergebnis und das ist natürlich exakt die Mail, die ich gebraucht habe.